Und zurück zu Batman Arkham Knight. So, wie versprochen geht es jetzt hier weiter. Und zwar mit den schlimmen Schwingeln hier. Die müssen wir jetzt aufhalten, wenn wir sie sonst die Pflanze zerstören. Mei. Hey, ich tue doch schon, was ich kann. Hey, versuch's doch mal wieder mal. Nicht mehr lange. Du bist nicht der einzige, der eigentliche... Mein Gott, das gibt's doch nicht. Na, das spiel ich jetzt gerade, zieht das schon ein bisschen an. Wie sagt man schon? Du bist tot. Warte. Heißt das, ich bin tot? Auf, Bruce. Steh auf. Den Großen wäre ich so nicht kriegen, wenn mich da die ganzen... die ganze Zeit die anderen Idioten da stören dabei. So, jetzt werde ich mal probieren, dass ich den Sanitäter zuerst ausschalte. Halte sie auf. Ich helfe dir. Halte sie fern. Ich brauche mehr Zeit. Kämpf weiter, Mad-Man. Beschütze sie, Mad-Man. Nur noch ein bisschen. Nicht mehr lange. Oh, nein. Ach. Ich habe gar nicht so schlecht ausgeschaut jetzt. Alles auf schwarz gesetzt und doch verloren. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. ich musste mal schauen ich habe drei punkte vielleicht irgendwas noch verbessern da war ich vier punkte nahkampf angriffe welche so machen halte ich ein bisschen mehr aus glitz stoppen die ibis pflanze angreift der große ergebnis richtig auf den sack ich bin gleich wieder dauernd man die meisternis was du hast alles überlebt was ich gegen dich ins spiel brachte und stirbst jetzt einfach so ok muss ich anders machen und schauen dass ich mir die einzelnen rauspick irgendwie angreift wieder weg angreift weg ich muss die miliz stoppen die ibis pflanze angreift halte sie auf ich habe mehr zeit ich habe mehr zeit Reife den Zucker, Batman! Ja, gar nicht! Kämpf weiter, Batman! Beschütze sie, Batman. Nur noch ein bisschen. Schnell, er kann sie nicht mitmachen! Nicht mehr lange. Auch nur so viele. Mann, Mann, Mann! Ja, ist er gut. Ja, ist er gut. Stirb! Stirb! Und bist du dran. Zack, zack! Bam! Alles klar. Das geht doch. Ich muss nur ein bisschen Geduld haben und dann funktioniert alles. Geschafft! Sie ist ausgewachsen. Jetzt sollte sie stark genug sein, um das Toxin zu neutralisieren. Hoffentlich müssen wir das nicht rausfinden. Bleib in den Gärten, Ivy. Ich melde mich, wenn sich etwas tut. Alfred, sag mir, du hast den Cloudburst gefunden. Ich wünschte, das könnte ich, aber ich stoße hier auf zahlreiche Interferenzen. Sicher eine bewusste Maßnahme, um ihr Vorgehen zu verschleiern. Mach eine komplette Analyse der Truppen des Arkham Knight. Natürlich, Sir, aber das braucht Zeit. Lade die Daten auf. Wir haben noch keine Zeit. Und du siehst im Studio hoch, wenn du fertig bist. Ja, Sir. In der Zwischenzeit gilt es noch in mehreren offenen Fällen zu ermitteln. So, Missionsauswahl. Machen wir gleich da mal weiter. Alfred, ich bin auf dem Weg zu den Filmstudios. Bereite die Analyse des Stützpunktes des Arkham Knight auf Founders Island vor. Es wird Zeit in die Offensive. Die Nebenmission werde ich eher zum Schluss raus machen. So, wo müssen wir denn jetzt hin? 1246 Meter. Ich glaube, da fahren wir mit dem Bettmobil hin. Nein. Ich muss in Reichweite der Fernsteuerung bleiben. Ich bin hier in dieser Position. Ein Söldner auf der Jagd nach einem Helden. Wann sind er nicht ausgehebt? Das hilft. Da werde ich nicht lügen. Wir dürfen ihm nicht nachgeheben, verstehst du? Wenn Batman nicht angreift, knallst du ihn ab. Aber Scarecrow und der Knight wollen nicht, dass er schnell drauf geht. So, ist eh nicht mehr so weit. Ich muss schauen, was bei denen gut vorbeikommt da. Was ich so höre, wird Batman immer schlimmer. Er schlägt fest dazu. Den Joker getötet zu haben, hat ihn verändert. So, ist er eh schon da. War das nicht das Gefängnis oder da, wo die ganzen Insassen drin waren? Wo ich mit dem Gordon schon mal drum war? Ich glaube schon. Denk nur an Robin, der sein Leben mit Barbara plant. Vielleicht überlegt er sich Namen für all die kleinen Fledermäuschen, die sie mal bekommen. Er kann so froh sein. Sie ist so liebenswert. Mit meinem Geschmacklein. Sir, wie werden Sie Muscle Drake von Barbara erzählen? Er wird erschüttert sein. Er könnte unüberlegt handeln. Gar nicht. Noch nicht. Ich brauche ihn für das Heilmittel. Sir, es war schlimm genug, Miss Gordens Entführung zu verschweigen. Aber das ist falsch. Wir alle müssen Opfer bringen, Everett. Sie sollten sich das gut überlegen, Sir. Wenn er herausfindet, dass sie fort ist und sie es verschwiegen haben, werden sie ihn verlieren. Für immer. So, schauen wir mal. Quarantäne zählen. Aber das ist wohl kein Höflichkeitsbesuch. Ist es da draußen so schlimm, wie es klingt? Schlimmer. Das kriegst du doch in den Griff, oder? Sir, die Langstrecken-Scanner konnten den Cloudburst nicht aufspüren. Schick den Batwing und lass ihn einen Thermalscan durchführen. Geht nichts, Sir. Founders Island wird durch einen an zwei Radartürme angeschlossenen Raketenwerfer geschützt. Sie werden weder Batwing noch Batmobile in die Nähe bringen können. Ich kann die Radartürme zu Fuß zerstören, wenn wir einen Weg finden, die Drohnen auszuschalten, die sie beschützen. Nun, es gibt eine Möglichkeit. Ich habe eine besondere Drohne identifiziert, die als Relais für alle eingehenden Funksprüche zu dienen scheint. Wenn ich diese Drohne in die Finger kriege, können wir vielleicht die Sicherheitsprotokolle rückentwickeln und mir genug Zeit verschaffen, die Radartürme auszuschalten? Vielleicht, Sir, aber es hört sich gefährlich an. Zu gefährlich. Es ist der einzige Weg. Ich halte dich auf dem Laufenden. Immer noch nichts von Barbara. Vertrau mir, Robin. Es geht ihr gut. Konzentrier dich auf das Heilmittel. Du musst das nicht allein tun, Bruce. Ich helfe dir. Ich regle das. Wir brauchen das Heilmittel. Und das kriegen wir. Dauert nicht mehr lange. Hör zu, wenn du Hilfe brauchst. Ich bin hier. Gleite auf den Rücken der Relais-Drohne und untersuche sie, um den Weg zu finden, die Drohne auszuschalten. Okay, dann müssen wir wieder raus. Oder? Ich war sicher, du würdest es ihm sagen. Ehrlich zu ihm sein wie bei Gordon. Aber du hast dir gedacht, warum sollen wir ihn jetzt brechen, wenn wir ihn später zerstören können? Also ich wogere hier jetzt schon eine ganze Weile in dieser Höhle von einem Verstand herum. Du glaubst ja tatsächlich an diesen Heilmitteln-Nonsens. So, 1500 Meter. Okay. So, würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg dorthin jetzt. Du solltest Scarecrow finden und ein wenig mehr Gas schluppern. Ich muss mir mal wieder die Beine verdrehen. Alles klar. Ein Kilometer noch. Du kämpfst weiter. Trotz Rückschlägen, Niederlage, Reilus. Es macht mir ein Vergnügen, wenn diese Entschlossenheit dahin geht. Okay, mir wird langweilig. Machen wir fertig. Wie? Das weiß ich doch nicht. Hauptsache, es geschieht jetzt. Jetzt? Ja, jetzt. Bist du etwa taub? Okay, woran denkst du dabei? Ich denke an das schnell. Wie schnell? Ich denke, es gibt verschiedene Stufen von Schnelligkeit. Wie mehr du sagst, du soll lieberwächtig dir ordentlich eine Zimmer. Lex Luthor hat hier irgendwo ein Gebäude stehen, nicht wahr? Drüben am Glaser. Hast du auch gehört, dass er in die Sache Geld investiert haben soll? Kann man mich nicht wundern, er liebäugelt nun schon eine Weile mit der Stadt. Und wenn der Batman los wird, muss er sich immer noch mit Bruce Wayne rufschlagen. Oh, wie vielleicht ist das? Nein, Robin ist nicht Batman. Ich werde dann da drauf kommen. Nein. Schon fast... Du bist sicher, dass er uns warnt? Ganz sicher. Aber klar doch, wir sind Scarecrow's Armee. Wenn ihr knappe ist, losgeht, ihr wie die Essen, die es erfahren. Wenn du meinst, wobei uns diese Fabrik fast um die Ohren geflogen ist, gab's keine Warnung. Wo sind denn die Scheiß-Drunde? Oh mein Gott. Ich werde da drauf kommen. Ah, Mensch! Geht doch! Bumm. Mit dem Relaischip kann ich die Drohnen zeitweise blenden. Das gibt mir genug Zeit, die beiden Radartürme lahmzulegen. Unterbricht vorübergehend, die Drohnen-Zielerfassung gerät. Kann nur eine Drohne nach der anderen ausschalten. Alles klar. Ist das eine Drohne oder was? Hm, wo habe ich das Ding? Unterbrecher? Distanz-Hack-Gerät. Ich muss das Radar zerstören, bevor die Drohne wieder aktiv wird. Ah, ist das Explosiv-Gel da. Alles klar. Die erste Radar-Antenne wäre erledigt. An alle Einheiten, Radar! Mit Sektor 1 ausgefallen. Eine Störung. Ich weise einen Techniker zu. Negativ. Das war Batman. Radar-Antenne-W. Acht machen. Das Primärziele nähert sich. Mach sehen, ob er so gut ist, wie alle sagt. Gehe da hinten muss ich drauf. Dann werde ich mich hinten lang. Dürfen das Radar nicht verlieren. Es ist das Einzige, was ich davon abhält, seinen Panzer auf diese Insel zu bringen. Wenn wir das richtig machen, stehen wir beim Neid gut da. Hier macht gar nichts richtig. So, dann ist das Nächste. Ich hoffe, die Fledermaus taucht auf. Ich hole mir den Skalb von dem Hundesohn. Ich müsste da irgendwie... 1, 2... Nicht zu fassen, dass er von diesen Luftschiffen entkommen ist. Wir hatten ein paar gute Männer da oben. So, probieren wir es mal. Wenn wir das richtig machen, stehen wir beim Neid gut da. Mei, hau ab. Hau ab, Mensch. Mei, Zeitluft, Mensch. Hau ab. Ah, toll. Können wir denn die irgendwie anschleichen? Bleib doch, Männer. Wir können uns keine Nachlässigkeit leisten. Wenn wir das richtig machen, stehen wir beim Neid gut da. Oh, also, dann bin ich hier. Sorry. Nein, nein. Am nächsten Mal hat er ne große schon mal ausgeschaltet. Oh, 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 oh. So, jetzt lassen wir mal die Drohne ja ausschalten. Und der bin ich. Also, du. Okay, wir. Also, sei ein guter Junge und schlachte alle für mich ab. Der Joker-Gen-Pool gehört gereinigt. Warte, wo kommen wir jetzt da rein? Hallo? Hallo? Wie komme ich denn da rein? Wenn er tot ist, erledigt sich unser Pflanzenproblem von selbst. Wie lange dauert es, bis dieser... Alles klar. Gesuchess. Ich kann die Geschütze mit dem Distanz-Hacking-Gerät kurzzeitig blenden. Machen wir. Machen wir wieder mal weg, die Scheißgeschütze. Ähm... So... Genau. Alfred, das Radar ist Geschichte. Dann wäre da noch das kleine Problem mit dem Langstrecken-Raketenwerfer. Wenn er ausgeschaltet ist, kann ich den Bedwingen senden und den Cloudburst scannen. Ich bin auf dem Weg.